Musik 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 Bist du mal dein Team? Bei mir ist Obli dabei und du musstest gleich auch in meinem Team sein Bin ich jetzt ja Bin ich jetzt lauter oder leiser? Ich glaube jetzt ist es ein bisschen leiser oder? Ich weiß nicht Bisschen, ne? Die wollen ja in Golf rein, ne? Wut, äh, oder? Oh, Sack Ah, das passt schon, das war jetzt nur Jetzt hab ich mich fast selbst gesprengt Spawner und der sagt mir, ich soll das schon Für dich wieder Ach, das ist mir keine Kommunikation möglich Für mich beim Schaden Kann sein, dass mein Blöden wieder auf mir jetzt geht Ich, äh, äh, ich wurde letztens auch mal rausgewogen, weil ich, äh, Sturmgewehr benutzt hatte Ein Sturmgewehr Ja Dann hast du nur mit dem Messer rumlaufen Das ist voll hinbar Normalerweise, äh, 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 äh Aber nicht eine komplette Klasse Ne, so ein bisschen bescheuert Ja, ich sag, das wurde ja schon, äh, so wie rollt, das sind mal rausgewiesen, weil, äh, ich eigentlich schon nicht getan hab, ich hab halt nur, stimmt das benutzt, das ist normal, 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 das kann immer mal sein Äh, offiziell ist es ja auch, eigentlich war nicht erlaubt, dass die Serverbetreiber ihre Server zu bestimmten Sachen standen und eingeredet, äh, ich glaub, die DA's online, äh, ja, wie nennt sich das Vortrag Darfst du das nicht machen, dass du Doch, dass du darfst nichts stammen, äh, alles was im Spiel ist, dort muss auch erlaubt sein, aber, ne Das finde ich eigentlich auch Wofür ist es auch sonst im Spiel Klar, ne, es gab mal ne Zeitlang, die ersten 3,5 Monate, wo, äh, der M26-Fakt, der war so extrem nervig, weil jeder Arsch mit so nem Ding rumgerannt ist Du konntest ja einen Schuss, und du warst tot Egal, in welche Richtung, und man musste sich noch nicht mal zu treffen, oder so Und da hat, äh, wirklich, teilweise wochenlang, hat ja jeder zweite auf der M26 geschossen Ich hab nen Typen aus dem Heli geschossen Seit wann gibt's eigentlich das M240B? Das ist nur ein Maschinengewehr, das hab ich noch nie benutzt, ich hab's aber eigentlich nicht Ich hab's eigentlich schon seit Anfang an, das ist ein, äh, schweres M240B, ja Ein leichtes M240B, je nachdem Dann hab ich das noch nie benutzt Ich hab letztens das M417, äh, ich weiß nicht, äh, das gibt's aber auch nicht seit Anfang an, das M417 Ich hab's nämlich letztens erst entdeckt, weil ich gesehen hab, äh, 0, 0 Abschlüsse Ich hab eigentlich ein Block mal gespielt, das ja Ja, dachte ich mir auch Aber... Das ist ein bisschen, äh, overpowered, find ich, die Lache Also, die hat ein, ein großes Magazin Und, ja, Einzuschuss halt Welcher Klasse wird die? Äh, Sniper Oh Schnell, Schnellfeuerwehr Also, äh, die Sonne, Schnellfeuer Also, wie die jetzt... Wir verlieren grad, ja Das ist gut Wenn mal mein Level ist, dann komm schon mal zu Es dauert ja mal ein paar Ähm... Nimmst du schon auf, Hendrik? Ja, ich hab immer lang gehofft So Ja, ich... Schau vorbei, oder was? Ja, aber die nächste Runde, können wir ja mal probieren Ja, deswegen dauert es lang bei mir M-mm Ich weiß nicht, ich hab... Ich hab schon 8 GB RAM, aber irgendwie... Keine Ahnung Dauerts auch immer ewig, ja Ich... Bei mir ging's auch schnell, also... Normalerweise geht's auch, aber wahrscheinlich, weil jetzt mehr da draußen abgekackt ist Keine Ahnung Gibt's bei der Map echt nur diese eine Stellung? Oder hab ich irgendwas verpasst? War das nur eine? Ich kam rein und es gab nur das eine Egal Ich, äh... Ich weiß nicht, ich hab grad auch nicht aufgepasst Das ging jetzt schon schnell, stimmt, aber... Naja Wir haben verloren Ah, im anderen Dings ist schon wieder... Ist schon wieder ein bisschen Invalence, wenn du dir so die Statistiken anguckst Ich hab noch... Irgendwie hatte ich grad noch einen schwarzen Bildschirm... Ach jetzt... Oh, ich krieg sofort noch ein Ribbon Join, Ribbon kriegen, was will man mehr? Ja, genau Und am besten noch dahin joinen, wo die anderen gewonnen haben, so quasi Das Thema jetzt, ob es nur noch als eine Ding gibt, ich meine mich nicht Damawand? Ne, es gibt eigentlich mehr, auf jeden Fall, aber... Ja, siehste Jetzt spawnen wir ganz woanders, auch gut Schau mal, jetzt ist hier das M417 erlaublich, dann nehm ich das auch mal So... Ich bin jetzt gedroint, ach klar Ne, was macht man das denn jetzt? Ich glaub ihr seid auf der anderen Seite, ne? Ne? Äh, euer Scott ist voll Magst du mal den Open Hero rausschmeißen, wenn er nicht bei uns gehört? Das ist äh... Das ist äh... Das ist äh... Das ist äh... Kompliziert Ne, ähm... Der hat auch schon ganz oft mit uns aufgenommen, aber ich kann... Ach so, ja, Deni, dann ist okay, wenn es ein Unbekannter oder so gewesen wäre, dann ist es äh... Ne, aber wenn ich ihm jetzt schreib, dann geht er bestimmt raus... Ne, lass ihn drin, lass ihn drin... Das muss nicht sein Au... Ah... Ich hätte mal keinen Grund, wie wir auch Sniper drauf machen können Hallo So mit Zoom von 1 Ja, wenn du, wenn du richtig gut bist, dann mag das gehen, aber... Ich bin kein gewohner Sniper Ich auch nicht Aber ich kann ein bisschen spotten Die stehen alle... Die stehen, äh, sehr viele stehen unten Von uns aus gesehen oben vom Berg Unten rechts In dem Haus Oder unten am Haus Genau, da wo jetzt was explodiert Ich versuch mal rechts außen, ne... Ob da irgendwas geht Guck mal, ob ich den Piloten runterholen kann Das wär... das wär meine Leistung Äh, ich hab mal, äh... Durch Zugler aber auch nur... Das... Auf übern Kilometer Anfahndung Aaaaah... Abgeschossen Das hab ich auch einmal geschafft Aber das war pure Zufall Ich hab einfach nur geschossen Aus... aus der Hüfte raus Hab den runtergeholt Hohohoho Das war, glaub ich, der längste Kill, den ich hatte Also 990 Meter oder so Ganz gut Das Glück hätt ich auch gern mal, dann würde ich übrigens abfeiern Und mich wahrscheinlich ärgern, dass ich ihn nicht aufgenommen hab Ist das doch safe bei dir? Du rennst da einfach so... Amok hinter dir überall? Hinter dir überall... Aaaaah... Scheiße... Ich hab mich gemerkt, dass da das Kampf wieder schlafen wird Gerecht Dacht ich glaub ich bin drin Oh, 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 oh Halt mal den Turm im Auge Da auch immer mit zu viel Leiterung Ja, in diesem Turm Ich seh die da alle flitzen, aber hier sind zu schnell die Gefängnis abdrücken könnte Ah, ich hab ein... Einer hat gewischt, aber da ist immer noch einer Ich lass den kann ich nicht spotten Scheiß Ich tu mal hier ne... ne Spawn-Back aufstellen Ach lol Spawn mal jemand bei mir Doch, das war der Heli, der mich getötet hat Der ich spawn gleich bei dem ich kann Ich tue's Okay Ich wollt ne Verstärkung hier Ich treffe aber was von hier oben Aua verdammt Das ist Rush, ihr müsst for Russian, da wird nicht gesniped Ich versuch's Das sieht mal ein Ikla aus hier, ich sag's euch Der rutscht den gekloppten Unkörper runter, der da eher den Stuntmöglich da oben rumspielt Ein Helikopter sollte echt mal jemand von den Himmel holen, der macht nur sonst fertig Ja, ich nehm mal Ikla Mal gucken, ob ich was heißen kann Oh, Hedi Der fliegt viel hoch und runter Ne, ne, ne Spawn-Back hat ja keiner... Nice Nice Richtig nice Nur noch Deffen Das Ding auch, genau Ne, hier So, Midi-Pack und so was Da laufen schon ganz viele Ach, Mist Scheiße Hier will ich's nicht so in die Tür stellen, sondern Wo ist denn der Aufschrauber? Den schärfen's bestimmt immer Oh way Oh way, oh way Da ist bei... bei A fährt ein Jeep rum Wieso seid ihr alle tot? Ich lebe noch, also gut Ich glaub ich kann's ja nicht steunen, Scheiße Ich glaub ich versuch's nochmal links rum Ja, da war echt ein wenig Obwohl ich denk jetzt ist da mehr Ja Ich bräuchte mal ne Präsidentsbestimmung vom Huf... ach da hinten ist noch ich Das ist gerade wirklich Oben im Turm, im Fenster, von uns aus gesehen, hopp einmal Kommt der Leib noch nach ran Aua, der schießt auf uns Da sind mehrere Sniper, ich bin... beobachtet Da ist leider hinter uns so halb Der Hufschrauber ist jetzt, äh... links von unserem Berg Verdammt hinter mir Ach fuck, der versteckt sich, der hat mich gesehen Der ist hinterm Berg jetzt Shit, der hat mich auch noch erwischt Ich wollte ihn noch töten und dich wiederbeleben, aber nein Nein Der kämpft da unter diesen Dings Also wenn wir runterhüpfen, dann wird der uns wieder töten Alter, der verträgt sich jetzt hinterm Berg Verdammt Verdammt Den gespottet Ich geh mal weiter weg, vielleicht blick ich den dann Der hoppt genau hinterm Berg und macht nix Da kommt er mal hoch und geht wieder... Nochmal Scheiße Hab ihn Ich find das immer sehr befremdlich, wenn ich hier einige Autos aufs Abbrechen nicht spotten kann Ja, das kenn ich Insbesondere so ein paar Fahrzeuge, irgendwie... Hab Arby das nachgemacht Da müssen zwar eigentlich Sniper aus der Autos gehen rum Ich muss jetzt hier an so ne Camper-Ecke mal gucken Im Haus, im Haus, im Haus, Obi Fuck zu viele Kamen grad drei Stück noch zu Wir müssen gleich mal als Squad dahin gehen Zu dem Punkt A Gleich Eindeutig zu wenig Medic von unterwegs hier Ne, wenn wir spawnen könnten wär gut Vorsichtiger, wir sind mitten vor A Wir sind hier mitten vor A Pass bloß auf Ganz rechts steht nur A Ah fuck, ich komm nicht an den ran, ich hab die falsche Woche mit Ich muss das sterben Dann würd ich ihn mit der RPG holen Vorsicht, Vorsicht da, links von dir Fuck, wie fällt der denn aus? Mist Er ist tot, aber Weiß nicht, ob das Ding hochgeht Aber es kommt gleich wieder irgendjemand Ich renne mal runter Ach da ist ja noch aufpassen Aaaaah Komm, stirb Mach hier und da schon wieder ganz weit hinten Scheiße, er hat sich jetzt schärft Boing, boing Jetzt kommt Scheiße, verfehlt Aua, von hinten wieder Ja Spacko Brenn hinter mir hier und lädt nach Kann jemand mal den Hubschrauber spotten, wenn er nach dem noch dran ist? Vielleicht krieg ich ihn ja Vielleicht werde ich versuchen Der ist gerade gespottet Ja, ja, aber der ist noch zu weit weg So, jetzt hol ich ihn Scheiße Dein Scherft, einer Dein Scherft, einer Dein Scherft Ah, ich hab ihn kampfunfähig gemacht Wunderbar Ich brauch jetzt Muni Verdammt Ich brauch Muni Fack Sniper Ja, gib mir die 500 Punkte Ist es exklusiviert? Ja, mach 500 Punkte Ja, mach 500 Punkte Hauptweg gestört, Feten eliminiert Ich brauch den kampfunfähig gemacht Oh ja, das ist doch mein Glücksgefühl mit dem ganzen Punkt Ja, läuft so Ja, läuft so Gib mir mal jemanden Tipp, wo hier jemanden mit Muni rum geht Weil ich hing hier nur mit nem Sniper rum Da kann ja kein Gehen Ich nehme Muni Oh, Aua Ah, scharf gemacht Ich los, schnell zu B Muni Gib mir doch irgendwo meine Muni Kiste Wo bist du du? Ich bin, ich renne hier oben am Berg Also am Hang bin ich noch So Ja, der Hubschrauber ist wieder da Ich kann ja nicht herunterrennen Da hab ich nicht geschwanken Ah Naja, ich stopp mich mal hier ins Country-Tunnel und dann lad ich mal Oh, das ist doch schön Ah, Millionen-Milliarden-Gegner Oh ja Millionen-Milliarden-Millionen Trillion-Zilliarden Weil die fallen doch alle mit nem Pferdscher runter Oh, Urban Hero wurde grad gebalanced Du kannst jetzt in unser Squad kommen Hahaha Ich bin gemein Oh, hier ist ein Schieb Oh, hier ist ein Schieb Den Schieb halt sie jetzt da mitnehmen Warte auf mich, Hendrik, warte auf mich Warte auf mich Okay, okay Der Hubschrauber ist grad mächtig am Abstocken Jetzt Der Hubschrauber? Ja Ja, das ist echt super, weil mit nem Hubschrauber ist echt schwer Sag Bescheid, wenn du was siehst, dann bleib ich stehen, damit du dich treffen kannst Hä? Ja, ja, da, da Der Hubschrauber gehört uns Ja, ich spotte, ich spotte, ich spotte Ah, fuck, da liegt einer Da liegt einer bei D Hinter mir irgendwo Hi Ah Oh, vor uns, vor uns Brauch Hilfe Ich bin ja hier zugestürmt Ich bin bei D im Haus drin Die kommen jetzt alle auf mich zu Ich bin tot Ich steig aus So, ich versuch mal bei euch jetzt bis vorne Scheiße Oh Gott, waren da viele Ja Ich seh nur so vier, fünf Leute vor mir rum wuseln Oh Gott, das wär dann So, ich bin drin und, äh, ja Ja Wieder die Klasse Eigentlicher Scharfschütze gesichtet Ich werd jetzt mal Schnapper So Ich stell mal da unten irgendwo ein Spornback auf, dass ihr beim nächsten Mal nicht mal so lange gelogen ist Ja, das wär super, weil jetzt wird's langsam knapp bei den Tickets Ja, das wär richtig Ja, das wär richtig Ja, stell ich mal hier, hier wo du oben jetzt rumläufst, dann stell ich die mal auf Weil ganz unten ist sowieso schlecht Na komm, schli Hopp Wie viele, wie viele einfach überall Ja, weil sie müssen's ja nur noch eine Station machen, darum Ja, ich hab' geschärft, los, verteidigt, verteidigt um euer Leben Kannst du dich? Ich hab' dich grad eingeklickt zum Spornen, klick auf Spornen, da bist du tot Bei mir kann man gut spawnen Da kommen alle auf euch zu gerannt, die sind da unten rund ums Haus bei euch rum, bei denen Ah, Mensch, ja Nochmal, Sperrfeuer runter Oh, die ganze Beine, wisch Also, die Sperrfeuer bringt umkunftsfreit Ist noch scharf eigentlich, ne Oh Gott, wich da hat ein ganzes Magazin reingebratzt, da wo ich vier Leute geholt hab Ja, nice Ah, fucking Lufthrauber, ey Nein, und der holt mich hier auf nem Raketenwerfer, wie lame Scharf gemacht, fuck Ja, sehr gut, sag Ja, die Äh, das schaffen wir nicht mehr, ehrlich gesagt Das sind so viele Äh, von, von euch gesehen aus kommen die jetzt zu rechts Komm, jetzt kommen sie reingerannt Zwei Stück Oh, die Spornbake ist cool Einer ist noch da Ja Oben auf dem Dach von dem Haus ist einer Wunderbar Ja, nice Das war echt gute Leistung, nöde Wo, 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 wo Oh, wo Ich brauch sie weg Na toll So, ich schnappe er jetzt mal meins Bombeck und komm weiter runter ich stelle jetzt hier unten ja guckt einfach mal wird er dann sehen anpassen Bewegung, Bewegung Aaaaaaah, die sind hier alle um die Ecke Aaaaaaah, die sind hier alle Komm, stirb und go ist da noch mehr? mehr ne krass jetzt mit denen da oben ist einer wo, auf dem Boden? ah, der wurde jetzt aber grad getötet ne, hier oben links auf dem Berg war einer bei oben, ja äh, oben links auf dem Drogen, äh Drogen war schon auf dem Berg rechts auch verdammt, Aua Nice So, dann wollen wir mal Bescheuerte Hubschrauber, ey Aua, 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 Aua Ja, ich kann leider nicht den Piloten abschieben da ist mein Kaliber zu klein dafür, leider einfach mal von oben droht leute droht deswegen so gerne weil ich da irgendwie man also im verhältnis zu anderen spiel da hocken die haupten schweiber auf der reichseite drückst du mal ein stück zur seite hendrik weil ich kann da jetzt kann ich vergesponnen pass auf du bist da mitten im sichtfeld von denen so ich komme zu euch ja sehr gut wenn es geht der ist gelandet irgendwo einer sind die denn jetzt aber überall aber die die achten nicht so drauf von der seite rüber wenn sie gerade nach vorne schießen es war nicht unaufmerksam wo frau ist mit denen gestattet irgendwas beschießen hier aus übelsten ich hab mir gerade scharf gemacht schon gewundert wie lange die brauchen mich zu töten ich kann ja leider nicht helfen oder kannst du bei mir spawnen naja der hochschrauber hat mich ins visier genommen nicht gut weg 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 aufpassen der hochschrauber kommt jetzt kommen mitten im sichtfeld durch doch schon kommen da hat er sei noch verdammt Oh Gott, Triple Kill. Jetzt gehts voran, jetzt gehts voran, jetzt gehts voran. Boah, da ist so ein, warte ne, mindestens 2 oder 3. Ja klar, auf die Entfernung kann man sich doch nicht treffen, ey. Das hab ich schon so oft gedacht. Das denk ich mir immer wieder, ja. Ja, allerdings, äh, vor allem, oder, äh, schlimmste, äh, was mir immer sehr auffällt, ist, wenn, wenn ich von manchen getroffen werde. Und, ähm, vorher gibt's einen ganz kurzen Shot zum Bild. Aber nur bei bestimmten Schülern. Da frag ich mich echt manchmal, was ist da eigentlich so falsch? Ey, das hab ich aber noch nie gemerkt. Ja, doch, es gibt, ja. Irgendjag schon bei meinem langjährigen Leben, äh, 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 bei Battlefield, ich hab schon einige Cheater erlebt. Oh. Weil da hab ich schon die merkwärtigsten Sachen erlebt, ja. Also, ey. Ich geh mit dem MG auf voll die Breitseite, den Jebel. Die kriegen das immer noch nicht mit. Oben in dem Haus bei A hockt einer drinnen. Ein Sniper. Ja, komm weiter nicht ran. Mal gucken, ob ich's mal richtig. Wir haben einen Seiten beschossen, ey, das ist überhaupt nicht gut. Ich auch. Ist der mich überfahren, oder was? Shit, jetzt hab ich den Sniper gesehen. Verdammt. Du hattest ne gute Position da, gell? Äh, oh ja. Ich hab, ich hab ne Spawn-Bag bei A aufgestellt. Direkt neben A. Ja, also drinnen, weil sonst kommt man ja mit dem Fallschirm immer an, gell? Achso, äh, dann hieb ich mal auf. Weil drinnen, wenn du im Gebäude, dann kann man da drinnen spawnen. Draußen muss man mit dem Fallschirm landen. Ist aufgestellt. Okay. Jupp, wir haben's geschafft, ja. Oh, wo ist der? Oh, jetzt will ich mich nicht töten lassen, weil ich durch Fallschirm springe. Ach, wir werden ja immer wieder hier spawnen. Ja. Denk dran, wer zuerst zieht, hat verloren. Ja, diese Spiechen hat ja nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wow, ach, man darf schon, na. Ach, jetzt darf man. Ja, 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 ja. Manicotiksjör machen. Ich bin oben jetzt. Oh, guck doch mal an, wie gut ich bin. Alter Schwede. Krass. Also, ich meine, ich hält nicht zuhaft. Ja. Oh, Helikopter fliegen. Ich will Helikopter fliegen. Ich will Helikopter fliegen. Was? und stecken die spielten ich hoffe der weiß was er tut ich kann fliegen ruhig stecken so stehen es selbstmacht mit Fallschirm auf einer Rücken gelandet und selbstmacht rum manchmal wenn man unglücklich landet dann ist auch selbstmacht ich glaube ich habe mir ein Bein gebrochen oder so wenn du vorher schon angeschossen wurdest und dann landest dann ist es halt selbstmacht leute ich hier gemessert das hätte ich nicht erwartet schlecht verdammt ach man sollte nicht in den Haupteingang reinrennen nicht gut nein ich habe auch selbstmacht begangen so ich wechsle mal zum medic zum 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 die kenne ich ich auch ich hab auch mal aufgegeben dritte selbstmord ein gleich ja auch schon egal wo wir hier rumrennen überall geschossen ist ich hab doch nicht getrat drei Leute ausgelöscht Mit ner Granate. Amtgast. B wird scharf gemacht. Oh, wunderbar. Nein! Spawn, sterben, spawn, sterben, spawn, sterben. Sterben, spawn, sterben, spawn. Das ist ne eklige Position, ne? Bei B im Container sind 2 Leute oder 3. Ich hab den gar nicht gesehen. Shit. Och, komm. Ich spawn bei dir und hinter mir steht der Gegner. Bei mir? Ne, bei mir wollte ich spawnen. Und ich wollte grad aufstehen und wusste aber, dass der da steht. Nein, aber ich will doch fliegen. Oh, was. Das kommt ja hin, Hacke. Yeah. Wow. Oh, fuck. Die spielt nicht so, fast. Aufpassen, Obi. Da, äh, rechts. Ne. Ja. Du ballast einen ab und hinter dir, mit Rücken an Rücken, stehst du mit einem Gegner, der grad nach oben guckt. Echt? Ja. Das ist lustig. Das hab ich auch schon mal beobachtet, wo ich mal Sniper ne Weile gespielt hab, was die Leute eigentlich machen so. So. Bleib am Leben. Mann, das bin ich so gut diese Runde. Immer wenn ich mich aufnehme. Vielleicht echt, weil man sich da halt nicht so konzentriert auf andere Dinge. Ja. Definitiv. Du spielst ja ohne großartig nachzudenken oder sonst. Weiß ich nicht. Konzentrierst du dich wahrscheinlich anders. Ja, dieser Druck. Oh my god. Diese verkackte Sonne eher. So schön die Grafik ist, aber manchmal ist es logisch. Ja. Stimmt. Ja, genau. Stellt euch alle in eine Reihe. Das ist sehr gut. Fenster bekommt drei Punkte für den Kill von... Krsnissnicken. Rottenpfeifen. Schiechner Schinzen. Schnuppi. Mach kaputt was dich verboten macht. Ich bin jetzt bei... Aaaaahhhhhh, Millionen, Milliarden, Trillionen. Ich bin jetzt bei B drin im Container und also... ..schauen wir mal da kaputt ist. Okay, gut. Aber ich glaub es wird lange und knappe doch. B ist glaub ich jetzt durch, aber oahhh. Das spielt eigentlich Urban Hero noch? Ich glaub nicht, oder? Ich bin nicht sicher. Uahhh, der ist ja noch! ist Schaf! Von wo? Verteil dich A! 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 Verteil dich doch A! Bleib am Leben! Bleib ja am Leben! Ich brauche dich! Wenn du jetzt stirbst. Na schade. Es ist so traurig. Du versinkst in deiner Decke. Ja wirklich. Oh man. Kommt wieder die Abrichtung des Todes. Ich bin Adler Level 1 wollte ich nur sagen. Ui! Geht sich mal ganz so arm aus. Aber ne. Aber weißt du mal. Wenn zum Beispiel Level 100 Leute. Die den höchsten Rang erreicht haben. Dann mit einem Sturmgewehr. Irgendwo auf einem Team Deadmaps Server. In der hintersten Ecke campen. Das entzieht sich meiner Kenntnisse. Warum das Spaß machen soll. Stats. Ja. 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 Ich denke mal eher KD. Dass die ihr KD nicht versauen wollen. Naja meine ich damit ja. Das ist immer dann richtig krass irgendwie. Ohne dass halt Leute nur rum messern. Das ist auch richtig krass. Naja das ist ein Call of Duty aber schlimmer. Der peeledhaar ist formasnd zu lösen. Men Uma Eltin wird hier Communications hier. Das kolom 잡 weil ich sie das nicht irgendwie darauf achet.